Musik Hallo meine Süchtigen draus, das ist das Heinegschuss Heute mit dem Zahnheely, dem Orbit und den Hunden Auf jemanden dürften die Hunde eigentlich funktionieren Und geht er schon los Oh Gott Auf den First Kill bin ich nicht stolz Wahrlich nicht So pass auf, das Spawn scheint jetzt doch umgekehrt zu sein Test C4 So, was sind denn die jetzt alle? Einer, zwei Mal nach unten Hä? So, jetzt aber wieder Jupp, da vorne bin ich richtig Oder auch nicht, okay Das wird jetzt ein bisschen gesuche, bis ich in Orbit hab Ernsthaft jetzt? Ich fühl mich grad voll allein Nein So, jetzt aber da oben Okay Hier sehen wir eine Schnecke in freier Wildbahn Nein Biggest Noob-Kill ever Biggest Noob-Kill ever So Möglicherweise habe ich jetzt ein bisschen geschnitten, bis ich die Gegner gefunden hatte Mal gucken, wie lange es gedauert hat, weil sonst wäre es ja zu langweilig Cool XPR Yeah Yeah Hunde Hunde sind cool Aber ich habe eine Katze So So Gehen wir mal da rein Da Schauts ein bisschen Mehr aus, what the fuck Da oben drin sind sie Oh Guck mal, die Strix gehen grad schon ab Tiny Fuck Hacker Nee, das ist nicht meine sexuelle Orientierung, tut mir leid Oh, Tarnili geht ab So, und wo muss ich jetzt hin? I don't find anything Oh, da kommt der Hund schon zurück, also sind sie hier fertig Okay Okay Da hinten im Haus wahrscheinlich Okay, Level 6 Das war mehr oder weniger ein Gratis-Kill Okay Da ist noch einer Nächster Stealth-Jopper Gut Type 25 So, ich bin auf 20er Gunstreak, aber Nuklear wird das nicht mehr Glaube ich Da bleiben Komm her Komm her Scheiße Fuck Nuklear Und die Hunde sind auch nochmal da Fuck Fuck, ich habe keine Munition mehr Stealth-Jopper 52-0 Okay, gut 52-0 Richtig krasse Score So Gegner waren es mal wieder Verhältnismäßig schlecht Thank you Danke Konnichiwa Keine Ahnung Nee, Konnichiwa heißt Hallo Danke fürs Zuschauen, Leute Lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat Haut rein Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen